Hallo, ich bin der Wari und hinter mir ist überall Wasser. Und genau da drin sind meine Kameras, meine Wildkameras. Ich hole sie mal. Viel Spaß beim Zuschauen. Der Wasserstand ist hier richtig hoch. War der schon lange nicht mehr. Ich bin hier in einem Feuchtgebiet, was seit langem eigentlich nicht mehr so viel Wasser hatte. Jetzt steigt das Wasser hier aber so hoch, dass meine Wildkameras in Gefahr sind und ich muss sie jetzt einsammeln. Ihr seht, es liegt Schnee, es ist kalt. Ich muss leider in Unterhose dahin. So, alter Schwede, das wird kalt. So, jedenfalls muss ich jetzt machen. Ich musste jetzt hin. Mir bleibt nichts anderes übrig. Oh, ist das kalt. Alter, und das Eis ist scharfkantig. Da frieren dann ja die Füße ab. Ach so, hier habe ich ein Schloss dran. Das Schloss ist eigentlich vorhin. Toll. Nein. Okay, dreht sich. Ist das kalt. Alter Schwede. Schnell wieder zurück. Socken und Schuhe anziehen. Und jetzt hinfliegen. Das passt. Das tut weh. Ich habe kein Gefühl mehr an den Füßen. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh. Bisschen abtrocknen. rein in die Socken. Und wisst ihr, was das beste ist? Sieht man mich überhaupt? Ja. Da ist noch eine. Rubbeln und treiben. So, bei der anderen versuche ich aber irgendwie von der anderen Seite ranzukommen. Weil das wäre mir echt zu weit. Pass auf, jetzt ist nichts drauf auf der Kamera. Die Kampag TC24 und sie ist sogar noch an. Ja, die Media Range Batterien, die sind geil. Selbst bei den Temperaturen, ja. 91 Aufnahmen. Das war im Oktober, November, Dezember, Januar. Zweieinhalb Monate. Mit Schneeflocke auf der Linse, super. Und jetzt probiere ich mal irgendwie drumrum zu laufen. Dann nehme ich aber alles mit natürlich und versuche an die andere Kamera ranzukommen. Macht auf jeden Fall Spaß. Müsst ihr mal nachmachen. Die Aufnahmen von der TC24, die zeige ich euch jetzt natürlich. Das war nicht! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das habe ich nicht gefilmt, weil ich hätte die Kamera dauernd wegpacken müssen, hinpacken müssen und dann wäre sie vielleicht ins Wasser gefallen oder so. Aber die Aufnahme seht ihr jetzt auch. das ist die h 953 von cool life die ist von der bildqualität her nicht ganz so gut aber auch noch okay und wir aufnahmen diese gemacht hat die zeige ich euch natürlich auch sind ein paar winteraufnahmen dabei ich hatte die so aufgestellt dass die übers wasser filmt da an der stelle da ist immer viel wildverkehr da laufen rehe lang wildschweine fuchs marder katze habe ich sogar auch schon gesehen auf jeden fall wünsche ich euch jetzt viel spaß mit den aufnahmen da bimmelt da fragt jemand nach ob es mir gut geht wir sehen uns dann im nächsten video es ist kalt ja so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielleicht, wenn ich von ganz hinten ran komme, vielleicht kann ich ja springen, dann muss ich gar nicht durchs Wasser. Mal gucken.